Bei Aktien hast du den Nachteil, dass du dich sehr schnell von Emotionen treiben lassen kannst. Sowohl beim Einstieg von der Gier als auch beim Ausstieg von der Angst. Das ist meistens nur ein Knopfdruck. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show. Diesmal zum Thema Immobilien vs. Aktien als Anlageklasse. Hallo Gerald, du bist ja ein großer Immobilien-Fan und gleichzeitig hast du einmal erwähnt, dass du nicht zu sehr an Aktien interessiert bist. Mich interessiert dieses Thema. Könntest du vielleicht einmal die Vor- und Nachteile von Aktien und Immobilien als Anlageklassen gegenüberstellen? Vielen Dank im Vorhinein, Lukas. Hallo Lukas, danke für deine Frage. Ihr bekommt euch immer wieder gestellt. Ich meine, wie ihr wisst, bin ich ein großer Immobilien-Fan. Aber was nicht ganz stimmt, dass ich Aktien vollkommen ablehne. Und ich investiere tatsächlich immer wieder in Aktien oder eher gesagt Indizes oder ETFs nach monatlichen Cost-Average-Ansparplänen, weil das auch eine relativ risikoarme Form ist, in Aktien oder in den Aktienmarkt generell zu investieren. Die Grundidee ist im Prinzip folgendes. Du kaufst jedes Monat um dieselbe Summe Wertpapiere. Das können einzelne Aktien sein, das können auch ETFs sein, das können Fonds sein. Ist der Kurs höher, kaufst du weniger Stück. Ist der Kurs niedriger, kaufst du mehr Stück. Und durch diesen sogenannten Cost-Average-Effekt ist das Risikoertragsverhältnis, wenn du so investierst, relativ attraktiv. Und vor allem, wenn du jetzt nicht in eine einzelne Aktie investierst, sondern in den ganzen Markt. Beispielsweise sagst du jetzt, ich investiere in Technologie oder ich investiere in Asien oder ich investiere in Russland oder ich investiere in Energy-Stocks oder ähnliches, dann bist du nicht so sehr davon abhängig, ob jetzt eine Firma performt oder nicht, sondern nur, ob ein ganzer Markt sich wieder positiv entwickelt und vor allem das Insolvenz- oder Ausfallrisiko eines einzelnen Wertes hast du damit deutlich reduziert. Aber was sind jetzt die einzelnen Vorteile und Nachteile von Immobilien im Vergleich zu Aktien? Immobilien haben einige große Vorteile, deswegen investiere ich auch sehr gerne darin. Und die Vorteile sind einerseits, dass du Immobilien sehr günstig leveragen kannst. Das heißt, du kannst relativ schnell ein großes Portfolio aufbauen, was mit Aktien deutlich länger dauert. Was meine ich damit? Für eine gute Immobilie bekommst du durchaus auf den Kaufpreis 70, 80, 90%, manchmal sogar 100% des Kaufpreises von einer Bank finanziert. Und das meistens zu sehr, sehr günstigen Konditionen. Derzeit etwa 1% auf 10 Jahre fix, wenn du eine sehr gute Bonität hast in Deutschland, in Österreich eine Spur mehr. Aber das bedeutet, dass du fremdes, billiges Geld benutzen kannst, um dir Vermögenswerte aufzubauen. Und wenn du es nicht übertreibst, das heißt, wenn du nicht zu hoch geleveraged bist, das heißt, zu viele Schulden im Verhältnis zu deinen Vermögenswerten hast, ist diese Investition auch relativ risikoarm. Bei Aktien hingegen, oder auch bei Fonds und ähnliches, geh mal zur Bank hin, oder selbst zu einer Bank und sag, ich will eure eigenen Aktien kaufen. Mit Kredit. Und die Bank wird dir vielleicht, wenn sie dir überhaupt einen Kredit gibt, einen sogenannten Lombard-Kredit geben. Das ist ein Kredit besichert durch Aktien. Und dort bekommst du meistens so 30 bis 40%, vielleicht 50%, wenn man es mal des Kaufpreises finanziert. Meistens auch zu deutlich teuren Konditionen. Und zusätzlich hast du hier auch noch einen weiteren Achtel, der erheblich ist. Wenn beispielsweise angenommen, du kaufst für 100.000 Euro Aktien, und du nimmst 50.000 Euro darauf Kredit auf, und du nimmst 50.000 Euro Eigenkapital. Wenn der Wert deines Depots unter 60.000 Euro fällt, beispielsweise, macht die Bank einen sogenannten Zwangsverkauf, oder fordert dich nach, mehr Eigenkapital nachzuschießen. Und es kann dir in solchen Fällen durchaus passieren, wenn du Aktien mit Schulden kaufst, dass du zum ungünstigsten Zeitpunkt verkaufst, weil die Bank eben, um sich abzusichern, genau hier die Zwangsliquidation durchführt. Und selbst wenn sich der Kurs nachher wieder erholt, bist du einfach draußen, aufgrund dieser Tatsache, dass eben Lombardkredite so funktionieren. Und deshalb würde ich niemals empfehlen, Aktien oder vergleichbare Instrumente wie ETFs, Fonds und ähnliches, mit Schulden zu kaufen, weil eben genau das Thema ist, dass du sie tagtäglich bewerten kannst, und damit natürlich auch die Bank tagtäglich feststellen kann, ob ihr Kredit eine Unterdeckung hat, und dann sehr schnell dich entweder zum Eigenkapitalnachschuss oder zum Verkauf zwingt. Und das, wie gesagt, im ungünstigsten Zeitpunkt. Der zweite große Vorteil von Immobilien ist der Steuervorteil. Wenn du Immobilien kaufst, kannst du ja und sie langfristig im Bestand hältst, kannst du bei Immobilien sowohl die Immobilie abschreiben, und wenn du eine Immobilie mit gebrauchten Möbeln kaufst, auch die Möbel abschreiben. Und auf diese Art und Weise reduzierst du natürlich deine Steuerlast, und gleichzeitig, wenn du Investitionen tätigst, beispielsweise wenn du sagst, ich repariere die Heizung oder ich repariere das Badezimmer, dann kannst du diese Investitionen wiederum entweder sofort als Aufwand geltend machen oder über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren von der Steuer abschreiben. Das heißt, die Abschreibung, solange die Immobilie im Bestand hältst, ist es faktisch ein Steuergeschenk, was deine Steuerbemessungsgrundlage entsprechend reduziert. Bei Aktien hast du das fairerweise nicht. Das Einzige ist, dass du manchmal, wenn du eine Aktie im Privatvermögen hältst, kannst du manchmal in manchen Ländern Aktien steuerfrei verkaufen. Das ist ein großer Vorteil. Bei Immobilien geht das in Deutschland nur nach 10 Jahren. Bei Aktien, glaube ich, geht es nach einem Jahr, soweit ich weiß. Die sogenannte Spekulationsfrist. In Österreich geht das allerdings bei Immobilien nicht. Bei Immobilien musst du in Österreich, wenn du sie privat verkaufst, 30% Immobilienertragssteuer zahlen und in Firmen musst du so und so immer bei einem Verkauf die Körperschaftssteuer zahlen und in Deutschland auch die Gewerbesteuer. Ein weiterer Punkt, der auch noch relevant ist, bei Immobilien hast du noch den Vorteil der sogenannten Vermögensverwaltenden GmbH. Das heißt, wenn du Immobilien in Deutschland im Bestand hältst und nicht verkaufst, dann zahlst du nur auf die Bemessungsgrundlage, die durch Abschreibung und Zinsen und auch natürlich die Möbelabschreibung reduziert ist, nur den vergünstigten Steuersatz von 15,83%. Und auch das ist ein zusätzlicher Vorteil. Das heißt, Immobilien haben im Gegensatz zu Aktien gewisse Steuervorteile, wobei bei manchen Strukturen können auch Aktien durchaus vorteilhaft sein. Der dritte Vorteil von Immobilien ist, dass sie einen planbaren Cashflow haben. Wenn du eine Wohnimmobilie vermietest, dann hast du einen laufenden Cashflow, nämlich die Mieteinnahmen. Der kann natürlich mal wegfallen, wenn die Wohnung leer steht oder wenn sie nicht vermietbar ist oder du einen Problemmieter hast, aber tendenziell hast du eine sehr planbare Einkunftsquelle darin. Und bei Aktien, es gibt zwar sogenannte Dividendenaktien, die hohe Dividenden ausschütten, aber Dividenden werden viel schneller mal gekürzt oder auch abgeschafft, zum Beispiel wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Das heißt, die Planbarkeit der monatlichen oder jährlichen Cashflows ist bei Aktien deutlich geringer als bei Immobilien. Und last but not least hast du bei Immobilien noch einen Vorteil. Langfristig steigen die Immobilienpreise mit der Inflation und mit den Mieten, die mit der Inflation steigen. In Gegenden, wo die Zuwanderung stark ist und die digitale Wirtschaft stark ist, kann es sein, dass die Immobilienpreise und die Mieten noch stärker steigen als die Inflation. Und das ist ein zusätzlicher Vorteil von Immobilien, die du bei Aktien teilweise hast, aber nicht so stark und vor allem nicht so planbar. Das heißt, du kannst das zusammenfassen. Immobilien sind vor allem planbarer, haben einen planbaren Cashflow. Immobilien kannst du sehr günstig refinanzieren mit fremdem Geld. Und du hast auch einiges an Steuervorteilen durch die Abschreibung. Jetzt gehen wir mal auch zu den Nachteilen von Immobilien und dem Vorteil von Aktien. Also eines einmal, die meisten Aktien außer sogenannte Penny Stocks oder Nebenwerte sind viel liquider als Immobilien. Wenn du heute sagst, ich will Microsoft Aktien oder Allianz Aktien verkaufen, drückst du drauf und verkaufst das. Bei einer Immobilie ist der Verkaufsprozess ein durchaus längerer. Du musst Interessenten finden, du musst Makler beauftragen und dann dauert das Ganze schon einige Monate, bis du dein Geld hast. Bei Aktien hast du das Geld, wenn du jetzt beim Preis keine Limit Order aufgibst, sondern in den Markt hinein verkaufst, innerhalb von 10 oder 20 Sekunden zumindest bei liquiden Werten. Der zweite Vorteil ist, dass du bei Aktien nicht so viel Verwaltungsarbeit hast. Bei Immobilien, sowohl der Ankauf ist mühsam, die Verwaltung ist mühsam. Du musst dich mit Mieter kümmern, Einzug, Auszug, Reparaturen, Kontrolle daneben, Kostenabrechnungen. Die ganze Verwaltung von Immobilien ist durchaus ein erheblicher Aufwand. Ist auch so, wenn du dich jetzt um dein Aktienportfolio gar nicht kümmerst, kann es auch sein, dass plötzlich die Firma einfach nichts mehr wert ist, die Firma bankrott gegangen ist, die Aktie weg ist, oder dass beispielsweise eben die Firma eine massive Verschlechterung der Geschäftsaussichten hat und dein Vermögen weg ist. Das heißt auch Aktien, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, sind nicht vollkommen ein arbeitsfreies Einkommen, aber der Verwaltungsaufwand bei Aktien oder auch bei ETFs vor allem ist deutlich weniger. Der nächste Punkt ist, du brauchst weniger Drittparteien, also du kannst ja selbst einmal so die Analystenreports studieren, die Aktienkurse studieren, ähnliches, während du bei Immobilien sehr viele Leute dazu brauchst, also Rechtsanwalt und Steuerberater und Makler und Handwerker und so weiter. Das heißt, das ist auch ein klarer Vorteil von Aktien, die Immobilien nicht haben. Und vor allem, wenn du jetzt in Cost-Average-Modelle investierst, also das heißt, jeden Monat um dieselbe Summe Wertpapiere kaufen, ist es auch ein relativ planbares Investment. Das heißt, auf diese Art und Weise kannst du den Aufwand zusätzlich reduzieren. Du musst das trotzdem beobachten, aber im Vergleich zu Immobilien ist die Arbeit deutlich, deutlich geringer. Ein nächster Vorteil auch bei Aktien ist, dass natürlich bei Aktien, wenn du die richtigen Aktien erwischst, ist natürlich auch die Upside, das heißt das, was du verdienen kannst, um mich deutlich größer. Du kannst zwar auch mit Immobilien sehr viel Geld verdienen, aber Tatsache ist, dass beispielsweise eine Verzehn- oder Verachtfachung bei Immobilien in einem relativ kurzen Zeitraum, was bei Aktien möglich ist, bei Immobilien nur sehr schwer möglich ist. Es geht zwar bei Aktien auch mit einem erheblichen Risiko einher, aber trotz allem kannst du teilweise bei Aktien hier sicherlich, wenn du entsprechend, wenn wir es mal die Analysen gut machst und ein gutes Händchen dafür hast, womöglich sogar Immobilien, zumindest jetzt mal ohne Leverage gerechnet, outperformen. Und last but not least, Immobilien haben sehr hohe Transaktionskosten. Wenn du heute eine Immobilie kaufst, hast du Kaufnebenspesen, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten und ähnliches, die sind auf 10, 12, 13 Prozent. Je nachdem, wo du die Immobilien kaufst und je nachdem, wie viel du den Makler zahlen musst. Und bei Aktien oder auch ETFs vor allem, sind die Transaktionsspesen deutlich geringer, das heißt, bei einem Discountbroker zahlst du weiter unter 1 Prozent Transaktionsspesen, das heißt, es fließt viel weniger Geld, weil am Anfang weg. Das gilt wohl wirklich nicht für Tarifrohmodelle, das gilt auch nicht für irgendwelche komplexen, strukturierten Produkte, das sind die Transaktionsspesen, meinst auch sehr erheblich. Aber wenn du jetzt eine Basisaktie kaufst, über einen Discountbroker oder einen ETF über einen Discountbroker, hast du viel geringere Gebühren. Und deswegen habe ich es auch immer so gehalten, aufgrund dieser Vorteils- und Nachteilsanalyse, weil ich eben gerne auch die Immobilien als Geldanlage habe, die einen planbaren Cashflow erwirtschaften, die dann am Ende ein passives Einkommen erwirtschaften, dass ich sehr viel meines Geldes durchaus in die Immobilien investiert habe, dass ich aber auch immer wieder, vor allem wenn die Aktienmärkte mal ordentlich gesunken sind und ein Markt entsprechend gesunken ist, auch in monatlichen Cost-Average-Ansparplänen, vor allem ETFs und Indexfonds entsprechend einkaufe. Und ich glaube auch so eine Balance macht durchaus Sinn. Du kannst jetzt nicht eines sagen, dass Immobilien gut sind oder Aktien gut sind. In ein gutes Portfolio gehören sowohl Immobilien als auch Aktien. Beides hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Nur das, was bei Aktien immer oft verführerisch ist und gefährlich ist, dass du, wenn du keine Investmentstrategie hast. Bei Immobilien ist das Ganze etwas langfristiger ausgelegt und du musst was kaufen, dann behältst du das. Auch der Verkaufsprozess ist mühsam. Und bei Aktien hast du den Nachteil, dass die dich sehr schnell von Emotionen treiben lassen kannst. Sowohl beim Einstieg von der Gier als auch beim Ausstieg von der Angst. Das ist meistens nur ein Knopfdruck. Und was du definitiv bei Aktieninvestments, aber fairerweise auch bei Immobilien brauchst, ist eine klare Investmentstrategie, eine klare Struktur, nach welchen Regeln du dein Geld anlegst, wann du einsteigst, wann du aussteigst, was deine Investmentziele sind und vieles, vieles mehr. Nur dann wirst du sowohl bei Immobilieninvestments als auch bei Aktien erfolgreich sein. Bei Aktien siehst du halt den Schmerz sofort. Bei Immobilien kann es etwas dauern, bis du einen Verlust siehst. Danke fürs Zusehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like und hier geht es gleich zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.